los in die letzte schlacht des tages aufnehme tarkum die dritte adrian gegen knüttenberg kartago gegen kartago wir sehen es wir sind auf der karte bald zwar für dich dark mark wer weiß was man die bloß mit dem preisgeld machen wir müssen gleich mal fragen wir haben sie gleich mal fragen mal sehen wer es holt 34 leute sind wir gerade im stream sowohl auf also auf youtube und das kommt wieder zusammen schauen wir uns mal an wer führt was mit ins feld so adrian führt mit ins feld insgesamt zweimal keltische leichte söldner kavallerie einmal leitwache des generals zweimal skutari söldner kavallerie zweimal sollte der balearische steinschölder zwei iberische söldner schwertkämpfer fünfmal spätelibische bliten 1 2 3 4 5 6 mal libysche infanterie wie sieht es bei knüttenberg aus knüttenberg bringt mit 1 2 3 4 5 6 mal libysche infanterie 1 2 3 4 3 mal libysche petasten da hat er mit dabei auf der rechten flanke einmal zweimal so in der handelskämpfer er hat übrigens mit dabei oder ja dann nicht mein fehler doch hat er hat auch zweimal adelskämpfer dabei so hat knüttenberg übrigens auch adels kavallerie mit dabei wir haben katharische kavallerie mit dabei spätige liebe schuld liegen das ganze wird auf der anderen seite noch gemürt und erfasst hier soll der italischen schwertkämpfer dabei und zweimal kaff das sieht gefährlich aus für adrian adrian springt weniger schwertkämpfer mit 1 2 das sieht bestimmt nicht ganz italisch nee scutari hatte hier aber sechsmal libia ach nur einmal adelskämpfer dreht sich das ganze spiel noch mal leute dreht sich das ganze spiel noch mal wer ist für katako so jetzt wird wieder geplänkelt numidische kavallerie haben hier drüben noch mal oder ja so die balearen kommen kartago gegen kartago die linke flanke von adrian unter druck gestellt und der druck gesetzt wenn sich eins herausgestellt hat heute ist für den berg weiß wie man plänkelt der kann das er weiß wie das geht schafft das auch jetzt wo das war zu nervös steht dazu sehr unter spannung die balearen sind ready er kommt her das ist man gibt es gleich eine salve noch nicht es gibt keine salve und beide warten wieder spannung wird aufgebaut leute spannung wird aufgebaut so adrian lässt jetzt nicht wirklich spielen der holt jetzt die plank da ihr seht ihr bringt sich in formation in position besser gesagt macht das gleich wie lord gestern ja jetzt treibt da und klöter sind die falle getappt kommt er wieder raus realisiert er schickt support kaffee drüber merkt das adrian die plank da sind in gefahr die haben adrian letztes war schon ordentlich druck auf so ordentlich stress aufgebaut hier als er attackiert wurde von den tarantinern die ihm seine bogenschützen und seinen steinschulat überjagt haben und kommt dadurch nämlich er schießt noch mal oh je zack erste salve drin von beiden und sie werden die ecke getrieben die katharer kommen adrian merkt es er schickt seine obliten los macht er dicht er schafft so da schafft das spannung pur hier bis zum letzten moment er wird die ecke getrieben er versucht seine katharer hier noch dazu zu holen er holt jetzt den hügelvorteil hier dass er bergab kämpfen kann seine sperrkämpfer kommen dazu und die seltener sind auf jeden fall getrappt die kommen nicht mehr raus keine chance jetzt kommt der charge jetzt holt er sie sich und adrian holt sich die hügel und kürtisch geht weg von mir er kommt raus er kommt raus kriegt er die noch er zieht hier zurück und 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 nein er kommt raus er schafft es noch leute mit dem letzten bisschen hier ist so schön der glitsch hier übrigens aber lol er hat es geschafft knöte hat es geschafft oh mein gott der ganze aufwand für nix und nix und die kavallerie könnte jetzt rübergehen und die plänkler belagern aber wir sehen hier 47 mann er hat die hälfte verloren lohnt sich's noch er versucht jetzt der mensch zu machen rennt schnell siebärischen sollten schwertkämpfern er dritt um adrian dritt um kriegt die seite nein sie nicht er kriegt sich in die backen um und jetzt keiner wurde getroffen gut move adrian skutari ein iberischen schwertkäppe verloren er hat es geschafft die noch rauszuholen was ein move was ein move und klöten mehr kann weiter umplänkeln aber es wird jetzt so eine leere sein passt auf und er ist definitiv der verlierer noch immer aus der runde hier hat er hat noch immer mehr schaden gemacht als klöte und wollen jetzt die leichte kaffee an das tun sie auch das kann sich jetzt gerade drehen das verhältnis von es lohnt oder nicht und ich glaube klöte hat gerade gleich gezogen klöte reagiert salve kommt und es ist ein paar weiter gestorben und hier auch gut move gut move es ist mit dem gleichstand ausgegangen anscheinend die steinschauer kommen merkt das klöte er merkt er zieht zurück die steinschauer konnten nicht mehr schießen was ein move leute was ein move also adrian muss sich gerade so auf die zähne beißen und klöte kommt jetzt rüber mit seiner infanterie oder naja marschiert langsam fußes 38 kills hat er hier gemacht 8 26 es sind 38 kills auf den punkt genau die auch kartago gemacht hat leute es ist eine punkt landung gleichstand du sagst es lehrtchen eins nicer move vorwärts geht's die truppen marschieren vorwärts wer wird jetzt das battle gewinnen nachdem das erste geplänkelnden ausgleich war jetzt die frage wie es weiterläuft wird adrian gewinnen mit seinen katharischen streitmächten oder klötenberg was wir heute sehen durch klötenberg ist auf jeden fall eine meisterleistung des plänkens viel mehr geht nicht mich würde zu interessieren ist sein micro auch genug das nur sechs einheiten gleichzeitig zu machen das wäre mal geil zu wissen die steinsteuer sind bereit sind ready hat den reichweiten vorteil könnt die tasten zerschießen ich würde fast sagen die verluste die klötenberg jetzt tun adrian wesentlich mehr weh als die die erlitten hat die flötenberg erlitten hat so die innen wird jetzt gedamaged hier jetzt gibt es ein paar seiten hier drauf aktiviert der schnelles nachladen oder ist das sein feuer frei die flanker kommt wieder er geht jetzt auf die fernkämpfer da geht adrian rechtzeitig nein tut er nicht der charge kommt oh nein mein schmidt fehler hat alle truppendorf losgejagt was ein pech für adrian gerade was ein pech jetzt geht's los totales chaos in der linie von adrian angriffsbefehle sind gesetzt ich nehme an adrian wird die flanke die flanke die flanke kann auf jeden fall gewinnen aufgrund der adelskämpfer die flanke von adrian wird aber fallen aufgrund der adelskämpfer adelskämpfer die libysche infanterie und nicht in charge gut rechte flanke stark unter druck tasten schmeißen auf die kämpfer kommen auf die balearen und ein das tut weh die schwertkämpfer holen sie jetzt die sönder balearischen stein schwedderer hier drüben kämpfen die schwertkämpfer der ibera gegen libysche infanterie das sollten sie eigentlich packen kaff steht bereit adrian scheint ein bisschen überfordert zu sein at the moment er schickt seine schwertkämpfer auch hier drüben auf die hobbiten um das ding noch zu drehen kaff kommt rum der jam mit adelskavalerie das tut weh nein er passt nicht auf die kaff nein das sieht nicht gut aus für adrian jungs so die säule der adelskämpfer räume auf wird geschlachtet wie sieht es aus knürt merks infanterie könnte tatsache verlieren die balearen ziehen sich zurück italischen schrittkämpfer werden gesandwich die keltischen krieger werden hier auch gerade keltischen leichte kraft wird direkt die jagd jetzt kommen sperrkämpfer dazu stein schon darauf feuern die stein schon erleben noch der gen von adrian kommt dazu um das zu retten was noch geht und die karthagische kraft kommt auch die stein schon erschießen jetzt den kartagern hier ab schickt die karthagische kraft mit adrian sonst wird das nichts mehr adrians kraft flieht adrians gen wird attackiert harte verluste auch bei klötenberg der linienkampf ist hier drüben durch die adelskämpfer haben gewonnen kämpfe jetzt gegen adelskämpfer aber hier drüben die flanke bricht langsam zusammen wie man sieht auch hier gewinnt der linienkampf langsam adrian aber reicht das aus um den kampf zu gewinnen für das finale genau ist der spieler jetzt zum meister geworden kraft kommt durch und schadet die steinsteller gut move die balearen sind raus für den moment adrian wie sieht es aus der linie gewinnt zwar schaffst du es aber noch adelskämpfer sind zwar gut aber sind nicht unzerstörbare biester so hier drüben sondern ganzer truppe lieber die schwertkämpfer gewinnen hier gegen die peltasten die kommen kaff noch dazu ins spiel kann er jetzt die adelskämpfer hier ausschalten ein trupp libysche infanterie hat gewonnen gegen den anderen 70 mal der zweite gewinnt die linie von adrian scheint zu klären hier drüben die iberischen schwertkämpfer gegen libysche schaffst du sieg gut aus der gen von arlen ist in der vergessenheit vergessen in der unendlichkeit vergessen worden die kaff kommt hier mit rein die schwertkämpfer werden zerschlagen die obeliten kämpfen gegen den gen gleich hier oben was ist denn da los klötenberg was machst du da not good not good klötenberg die iberischen schwertkämpfer werden jetzt hier gechargt und zerstört nein werden sie nicht fokus hier auf die sönde der adelskämpfer spannend spannend leute die steinschreiber leben immer noch und feuern auf die katharische kaffee der gen kommt jetzt zu von adrian kann das noch abfangen ich glaube nicht der angst dafür wurde anders hingesetzt oh nein shit das ist blöd gelaufen hier kommen die adelskämpfer die starb sich auch 100 pro die steinschreiber gleich schön schadet die libyschen hopliten die wir als ordentlich leiden und die linie kämpft hier drüben auch jetzt kommen adelskämpfer dazu hier drüben gewinnt die flanke von adrian haus hoch auf der anderen seite sieht es andersrum aus die libysche infanterie rockt das feld haus hoch die als kavalerie vom gienerischen gen haut ab katharische ist weg die ganze gen lebt noch jetzt kommt charge in die libysche infanterie rein oh gesandwich der söldner der adelskämpfer und die libysche infanterie jetzt kommen die iberischen söldner schwertkämpfer dazu zerschießt die kaff hier kommt der gen dazu und jetzt kommen die schwertkämpfer dazu der gen von kürtenberg der leidet hart aber das ding sieht so aus als was zugunsten von adrian guter move gleich weitergezogen truppe zerstört dreiheiten bleiben drüben übrig die adelskämpfer kämpfen auch noch und die werden ziemlich hart drauf sein aber wir haben so viele spätkämpfe hier noch im feld oh je die bärer kämpfe gegen die kaff oh je katharische kavalerei gleich weg die spätkämpfe formieren sich libysche politisten sind im anmarsch fängt er die ab ich glaube nicht doch noch da jetzt greift die söldner an sobald die ihren kopfgeldjagd ausgestattet haben wir gen charged rein mit kampfrhythmus hier drüben die söldner kämpft immer noch weiter fleißig charge rein jetzt sind sie erschöpft hier drüben sind auch iberische schwertkämpfer die auf sperrkämpfer jagen stein schon erleben noch der regelische jen charge rein und haut die libysche tut das weh knappes ding knappes ding überlegen dass die obliten ich glaube nicht die werden auch gleich wanken der jen kommt raus jen gegen jen obliten fliehen er support der schwertkämpfer könnte fliehen wenn jetzt adrians jen down ist dann könnte es das sein die adelskämpfer leben immer noch im träumen auf 300 kills 70 mann 70 mal eine geballte power die libyschen obliten die wanken der jen von klötenberg gewinnt die obliten von adrian verlieren es dreht sich gerade noch mal gerade eben sah es gut aus für adrian jetzt für klöte fast ein battle was ein tolles finale leute wer wird zuerst fallen welcher gen fehlt 22 gegen 26 schwertkämpfer von klötenberg kommen dazu adrians jen geht es nicht gut adrians jen geht es nicht gut er hat einige mal gepennt ich stand schon vorher jetzt hier auf die libyschen infanterist aber das wird nicht reichen die obliten reichen nicht aus da kommen obliten dazu hier kommt die libysche söder der adelskämpfer rip die infanterie wird gleich zerschlagen dann sieht das wohl so aus als hier der schul dann doch zum meister geworden denn jen fliegt die sperrkämpfer fliehen die steinsteuer schießen noch ist die start nicht vorbei aber sieht nicht gut aus sieht nicht gut aus für adrian moni haben die steinsteuer noch 143 kills für die balearen die lieber werden zerschossen wenn die kavallerie von kürtenberg rechtzeitig drin ist um die steinsteuer jetzt zu zerschlagen könnte es reichen aber jetzt müssen die liebe aushalten was ein fight bis zum letzten aber reichen die steinsteuere ausleihen sie vor jetzt auf den trug noch weiter zerschießt die adelskämpfer hier jetzt kommt legend reicht es aus 160 kills mittlerweile aber leute 450 kills die juckt das jetzt nicht mal die adelskämpfer die ziehen einfach drauflos die peintasten schargen die balearen schargen balearen gegen adelskämpfer der gen kommt dazu oder lässt er ihn da stehen er lässt ihn da stehen die balearen sind angeschlagen sie wanken gleich fliehen sie was eine wendung ganz 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 kurz vor schluss weg sind sie schlacht ist gewonnen und so wurde der schüler dann noch zum meister was ein battle herzlichen glückwunsch glückwunsch gründen wieder ganz glückwunsch ist erließlich gut weil die und das war ein sehr geiles match ein wirklich hammer geiles match oder sagen auch die zuschauer jetzt habe ich eine frage an ich bin ja was willst du da anstellen meine schulden ballon durch durchfall ja wirklich ok ok dann sollst du es jetzt bekommen ich leite nicht weiter da drauf sind die für eure denkst du darauf 10 was schon gesagt also vier euro werden schon gut es ist es sind 67 endlich kann ich so ein bisschen ich habe das aber auch erst erfahren als ich ich dachte ich kenne seine schulden bezahlen aber was machst du jetzt ja richtig kannst du in aktien investieren ja mensch also damit wäre es dann auch heute gewesen für das turnier ich hoffe ich hatte viel spaß daran ich hatte viel spaß wir haben jetzt tatsache so viele schlachten geschlagen krass also jetzt ach das 14 schlachten heute geschlagen geil das war geil 14 schlachten gut wie gesagt die passive card kam nicht von mir ich habe auch erst später erfahren dass 67 cent drauf sind habe gedacht das sind vielleicht ein paar euro drauf aber naja ja auf jeden fall ja und ich auch viel besser geworden als gegensatz zum letzten als gegen dich gespielt hat gg gut dann wünsche ich euch allen noch einen schönen abend verbringt mit familie bleibt gesund und wir sehen uns dann morgen ebenso nachmittag abend wieder bei eine sache fällt noch ein vorwärts gehen der geist gibt gerade bestimmt da könnte auch immer einschauen also die streams von geist kann ich euch immer nur ans herz legen ich gucke mal kurz auf die gerade noch läuft dann schicke ich den link immer rein wenn ihr auf etwa verpasst zb steht wer ist auf jeden fall was und ja er ist gerade noch live linkadresse kopieren dann könnte man da angehen stellt immer schönen grüß von mir und morgen wird syrakus gespielt general konobi und nächste woche werden wir das nächste turnier machen am samstag wollen jetzt sogar gelogen auf der pace of gott ist gar nichts mehr drauf was ich kann die ganze verfügbar dann wurde ich auch verarscht ich gebe das einfach an durchgangsache ist meine schulden ist mir egal in dem seite